Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Mein Name ist Sandra Gensicke. Ich studiere gerade an der IUBH Psychologie und ich habe verschiedene Methoden, damit ich es verstehe. Eine Methode ist anderen, das auch zu erklären. Nach der Feynman Methode lerne ich oft. Und wenn ich es anderen erkläre, gerade meinen Kindern, dann ist es auch eine Möglichkeit, es dir zu erklären, weil in meinem Fach, gerade in der Allgemeinen Psychologie, gibt es auch keine Videos, die man sich anschauen kann. Also das, was ich sonst jemand anders erkläre, versuche ich dir zu erklären. Vielleicht hast du davon einen anderen Blickwinkel, andere Ideen und es hilft dir beim Lernen, so wie es mir natürlich auch hilft, wenn ich rede und es ein bisschen aus dem Kopf schon reden muss, um es verstanden zu haben. Klar ist, ich muss auch gelegentlich mal nachschauen, ist halt doch alles noch nicht perfekt drin. Dann legen wir los. Allgemeine Psychologie, das Thema dieses Skript ist erstmal Lernen, das heißt, wir kommen zum Lernen. Und ich richte mich stark nach dem Skript von der EU, jetzt heißt es ja nicht mehr EU-BH, jetzt heißt es EU. Also ich richte mich stark nach dem Skript, versuche aber auch aus meinen Erfahrungen und das, was ich gelernt habe, aus dem Hintergrund, was ich alles vorher gemacht habe, ein bisschen was zu erklären dazu. Ich hoffe, es hilft dir. Legen wir los. Es geht zum Lernen. Und unser Skript gibt uns eine Definition, die in dem Buch von Gehring und Zimbardo steht und konfrontiert uns gleich mit dem, was ist Lernen. Und da steht, Lernen ist ein Prozess, der in einer relativ konsistenten Änderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotenzials resultiert und basiert auf Erfahrung. Das heißt, da haben wir schon mal einen richtigen Überblick. Was ist denn eigentlich Lernen? Wenn man diese Definition als erstes liest, dann denkt man sich, jojo. Zum Erklären versuche ich das mal ein bisschen zu erklären, weil erstmal sollten wir uns darüber unterhalten, was ist denn eigentlich Verhalten? Also was bedeutet in der Psychologie Verhalten? Und da gibt es zwei Unterschiede. Einmal das äußere Verhalten und einmal das innere Verhalten. Und äußeres Verhalten bezeichnet das Verhalten, was messbar ist und was wir auch beobachten können. Und das sind eigentlich fast alles physikalische Sachen von unserem Körper. Also können wir zum Beispiel alles, was mit Muskeln zu tun hat, können wir messen. Äußeres Verhalten. Ich erschrecke mich. Ich zucke zusammen. Das heißt, meine Muskeln sind angespannt an der Schulter, an den Händen. Mein Mund öffnet sich, es spannt an. Ich reiße die Augen auf. Das heißt, ich habe Mimik und Gestik. Vielleicht schreie ich noch. Dann habe ich sogar Sprechen. Also alles, was mit Muskeln zu tun hat, ist zum Beispiel äußeres Verhalten. Dann haben wir im Gegensatz natürlich noch inneres Verhalten. Das heißt, beim Erschrecken, Herzfrequenz fängt an zu steigen. Also mein Herz pocht viel schneller. Und Atemfrequenz, ich schwitze. Alles das ist auch messbar, gehört auch noch zur Äußeren. Also nicht zur Inneren, wie ich gerade gesagt habe. Also gehört auch noch zur Äußeren. Äußere, alles was messbar ist. Herzfrequenz, Atemfrequenz kann ich messen. Muskeln kann ich auch messen. Und jetzt kommen wir zum Inneren. Das ist das, was ich denke, was ich nicht sehen kann. Also auch Gefühle, Gedanken, alles Subjektive. Ich habe mich erschreckt. Dann geht mir, oh Gott, was passiert jetzt durch den Kopf? Oder hilf, ich muss sterben. Also das wäre jetzt Inneres. Alles das, was der andere eigentlich nicht sieht, was in meinem Kopf ist. Wir wollen zwar gerne die Gedanken der anderen lesen. Und erraten Sie auch, aber das ist so verdeckt. Das ist wirklich meins. Ich denke immer, Gedanken und Gefühle sind wirklich das Persönlichste, was wir haben. Das kann uns keiner einfach wegnehmen. Das sieht dort oben auch keiner. Das ist wirklich sehr, sehr intim. Dann gibt es noch vier Aspekte des Verhaltens. Und da würde ich euch gerne ein Beispiel geben. Wir sitzen in einer Prüfung und merken, dass viele Aufgaben auf einmal nicht da sind. Also wir sind voll blockiert. Das gehört zu den Sünden des Gehirns. Das werdet ihr in der anderen allgemeinen Psychologie-Gedächtnis noch lernen. Das ist eine Sünde unseres Gehirns, dass wir blockiert sind. Also Wissen, was eigentlich gespeichert ist, ist nicht abrufbar. Und ihr sitzt in der Prüfung und könnt euer Wissen nicht abrufen. Was passiert dann? Ein Aspekt, also des Verhaltens. Ihr werdet zum Beispiel unruhig. Und dann ruckelt ihr auf hin und her und macht so und spielt mit dem Bleistift oder messt euch auf die Lippen. Das heißt, da sehen wir das Verhalten, motorische Verhalten, dann wäre eins. Dann hätten wir dann noch kognitives Verhalten. Was passiert in dieser Situation denn kognitiv in unserem Kopf? Oh Gott, wenn ich das nicht schaffe, dann falle ich durch. Und dann passiert dies und jedes, das nennt man in der Psychotherapie Katastrophendenken. Also was wäre wenn Denken? Das zweite, also einmal haben wir es motorisch und dann auch kognitiv. Das dritte wäre emotional. Ich kriege Angst. Also gerade bei Katastrophendenken ist das ja meistens so. Ich kriege Angst. Was wäre wenn? Ich stelle mir das Schlimmste vor. Was für ein Gefühl habe ich daraus? Angst. Also erst denken und dann die Gefühle raus. ABC-Modell von Alice. Wir haben also motorisch, wir haben kognitiv, wir haben emotional und jetzt kommt noch physiologisch, weil genau diese Angst spüren wir dann, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das äußere und messbare Herzfrequenz steigt, Atemfrequenz steigt, mir wird vielleicht kurz übel. Wenn das alles so passiert, das ist alles Verhalten in vier verschiedenen Aspekten, mit inneren und äußerem Verhalten, was tue ich dann? Am liebsten würde ich weglaufen. Das erst mal zum Verhalten. Wir haben dort eine Definition. Lernen ist ein Prozess, der in einer relativ konsistenten Änderung des Verhaltens resultiert. Das heißt, das habt ihr gesehen, das ist Verhalten. Das alles. Herzfrequenz, Atemfrequenz, ob ich ruhiger bin, welche Gedanken habe ich, welche Gefühle habe ich, wie spanne ich an von den Muskeln. Denn das alles ist Verhalten, also ein ziemlich großes Repertoire. Dieser Satz ist auch ein bisschen kompliziert, weil er auch Verhaltenspotenzial drin hat und Erfahrung. Also Lernen ist ein ziemlich großer Begriff. Und ich würde ihn gerne ein bisschen auseinandernehmen, damit es leichter ist zu verstehen. Also nach dieser Definition von Gerig und Zimbardo, woran erkennen wir jetzt, dass wir lernen? Das erste, was dort steht, Veränderung im Verhalten oder Verhaltenspotenzial. Wenn eine Veränderung im Gehirn geschieht, also wenn wir etwas Wissen aneignen, dann können wir das ja nicht sehen. Wir sehen nur das, was daraus resultiert, die Leistung. Und dann das Verhalten dazu. Leistung ist das. Ein Beispiel dazu. Ich habe gelernt, ein zu kaufen oder Auto zu fahren. Das, was ich dann sehe, das ist die Leistung. Und jetzt habe ich ein Verhalten dazu, ich kaufe. Also wie kaufe ich Lebensmittel? Das ist das dann mein Verhalten. Ich habe also ein Verhaltenspotenzial erworben, welches mich jetzt in meinen Handlungen beeinflusst. Und meine Haltung hat sich verändert. Also das eine sehe ich, ich gehe nämlich einkaufen, das habe ich gelernt. Aber das, was in meinem Kopf passiert, dass sich meine Werte verändert haben, meine Einstellung verändert hat, meine Haltung zu etwas verändert hat, das sehe ich nicht. Das ist nur in meinem Kopf. Das ist dann das Verhalten. Zwei unterschiedliche Sachen. Dieses Verhalten ist nach außen nicht sichtbar. Das seht ihr, die Leistung, die erbrachte Leistung schon. Ich gehe in den Laden und kaufe zum Beispiel Bio-Lebensmittel. Dann allein das Kaufen der Bio-Lebensmittel. Also das reine Kaufen ist die Leistung. Und das bedeutet nicht, dass auch eine Verhaltensänderung eingetreten ist. Weil es könnte ja sein, dass gerade heute im Prospekt diese Bio-Lebensmittel besonders billig sind. Und ich kaufe sie nur, weil meine Einstellung, also meine Haltung dazu ist. Ich kaufe alles, was billig ist. Allein das, was ich sehe von außen, die Leistung, hat nichts damit zu tun, was ob eine Verhaltensänderung geschehen ist und welche Haltung ich habe. Also zwei ganz unterschiedliche Sachen sind immer ein bisschen schwierig zu sehen. Aber das eine denke ich mir, dass dieses, und das führt dann dazu, dass ich auch eine Leistung bringe. Und dass sich natürlich dann auch innerlich und äußere etwas ändert. Genau. Das ist das Erste. Also das Erste aus diesem Satz, mit diesem Lernen sehen wir, dass es eine Veränderung im Verhalten gibt oder im Verhaltenspotenzial. Das Zweite, was dort beschrieben ist, dass das ein Prozess ist und dass diese Veränderungen dann relativ nachhaltig sind. Man sagt, dass als gelernt gilt, wenn Änderungen des Verhaltens oder des Verhaltenspotenzials, also der Werte, über verschiedene Gelegenheiten hinweg relativ nachhaltig sind. Also das ist nicht einmal Peng, so ist es, sondern es ist über längere Zeit. Und dann sollte es auch konstant auftreten. Das merkt ihr zum Beispiel beim Fahrradfahren. Ihr habt es gelernt und dann kann es sein, dass ihr eine Zeit lang überhaupt nicht fahrt. Aber ihr setzt euch wieder aufs Fahrrad und dann könnt ihr wieder fahren, ist es ganz schnell wieder drin. Das letzte, was ihr hier noch seht, das steht basiert auf Erfahrungen. Also es ist ein erfahrungsbasierter Prozess. Wir nehmen Informationen auf, wir bewerten sie, wir transformieren sie. Das bedeutet, das ist auch wieder ein Teil vom Gedächtnis, dass wir sie mit unseren Erfahrungen, das was wir sehen, zum Beispiel in unsere Sinneseindrücke, mit unseren Erfahrungen abgleichen, mit unserem Bewusstsein. Und das nennt man Transformation. Und dann zeigen wir eine Reaktion dazu. Und diese Reaktion beeinflusst dann die Umwelt oder wir passen uns an die Umwelt an. Genau. Und das resultiert ja wieder, dass wir Erfahrungen gesammelt haben. Wow, oder? Also Lernen erstmal. Bei der Einleitung einstieg, bang, dahin. Viele Informationen, was ist denn eigentlich Lernen, konkret zusammengefasst. Wir haben eine Veränderung im Verhalten. Was abzugrenzen ist von Leistung. Ihr wisst, was Verhalten ist. Äußeres, inneres Verhalten. Vier Aspekte. Motorisch, kognitiv, emotional und physiologisch. Das zweite, was ganz klar ist beim Lernen, es ist relativ nachhaltig, die Veränderung. Und das letzte ist, es basiert auf Erfahrung. Das lesen wir alles auf dieser einen einzigen Definition raus. Gut. Einschauerlich zu wissen ist noch, Lernen sind Assoziationen, die in unserem Alltag einfach, die wir uns aneignen, ohne Mühe, ganz oft, um sie dann zu benutzen. Wir merken ja vieles nicht, dass wir es auch lernen. Und diese Assoziationen, also Assoziare, aus dem Lateinischen heißt Verknüpfen, das hat sogar Aristoteles schon rausgefunden, dass wir eigentlich in Assoziationen lernen. Die Hypothese vom Assoziativen lernen. Und vieles lernt ihr jetzt auch und das könnt ihr dann auch im Gedächtnis schon wieder mitnehmen, weil auch Aristoteles hat schon drei wichtige Grundbausteine des Lernens schon gewusst. Ich meine, das ist schon ziemlich lange her, also auch räumlich-zeitliche Zusammenhänge und Gegensätze. War super. Genau, ist aber für später im Gedächtnis drin. Dann, Lernen sind Methoden, mit denen unser Organismus von Erfahrungen, von seinen Erfahrungen in der Umwelt lernt. Und also ganz klar, Lernen hat auch für den Organismus jetzt nicht das, was ich auch geschrieben habe, in der Lernpsychologie heißt Lernen nicht aneignend von Wissen. Also ich lerne nicht stur irgendetwas auswendig, weil ich das in der nächsten Prüfung brauche. Sondern Lernen bedeutet erst einmal auch für jedes Tier, ich kann mich als Organismus besser an die Umwelt angleichen und habe so eine bessere Überlebenschance für die Spezien. Das ist jetzt erst mal Lernen. Der Mensch geht noch ein Stück weit darüber hinaus. So, das ist erst mal überhaupt nur Lernen. Ziemlich viel. Dann hatten wir noch eine zweite Definition und zwar von Paris und Petri. Die haben sehr viel geschrieben, auch zum, ich glaube sogar, ja, ich glaube, die haben auch das Buch geschrieben darüber, wie Eltern lernen, Operante. Konditionierung. Ich glaube, die haben eine Elternschule aufgemacht. Weiß ich nicht mehr ganz genau, ob es so ist, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es so war. Gut. Definition nach Paris. Lernen ist Aufbau und Abbau. Also man verlernt ja auch etwas von relativ stabilen Verhaltensdispositionen. Dann habe ich gedacht, was ist denn eine Verhaltensdisposition? Disposition heißt eigentlich etwas veranlagt sein. Bereitschaft des Organismus, sich mehr oder weniger spezifische Bedingungen in einer bestimmten Weise zu verhalten. Also etwas, eine Art und Weise, damit ich in meiner Umgebung, meiner Umwelt am besten klarkomme und danach verhalte ich mich. Genau. Verhaltensdispositionen, erfahrungsbasierte, erlernte Verhaltensdispositionen gibt es, also die ich aus Erfahrungen gelernt habe. Diese Verhaltensdispositionen sind erlernt. Und dazu gehört jegliches Konditionieren, klassisches oder auch operantes Konditionieren. Was dort auch noch ist, das kognitive Lernen. Das ist, glaube ich, bei Lernen ganz hinten bei Schlüsselreizen auch noch drin. Und Theory of Mind, genau. Dann haben wir biologisch-genetische Verhaltensdispositionen. Und da ist klar zu sagen, zum Beispiel Reflexe. Das ist etwas, das ist genetisch veranlagt. Dazu gehören aber auch Instinkte. Das heißt, angeborene Muster, wie eine Verhaltensweise ist. Und klar wieder dafür, dass ich die Überlebenschance erhöhe. Also das muss klar sein, das ist etwas jetzt nicht, um bei Instagram irgendetwas reinzustellen, sondern diese Sachen gehören eigentlich dazu, dass wir immer besser überleben können. Dann haben wir Reifung. Reifung bestimmten Verhaltensweisen sind abhängig darauf, wie alt ich bin, ob ich schon das kognitive Wissen dazu habe, wie weit ich einfach mit meinem Gehirn schon bin. Das gehört auch dazu. Dieser Prozess ist genetisch gesteuert. Also alles, was mit Wachstum zu tun hat, Körperbau, Verhaltensveränderungen, die sind dort auch drin gespeichert. Und das letzte ist auch Prägung. Und bei Prägung haben wir gerade bei Menschen gerade die ganzen Bindungen, Bindungen zur Mutter. Da lernen wir halt sehr viel. Genau, das sind biologisch-genetische Verhaltensdispositionen. Und dann habe ich noch Sonstige geschrieben, weil es gibt ja noch ein paar andere. Ich wusste nicht, wo ich sie hinschreiben sollte. Das erste erstmal alles, was mit der Schädigung unseres Gehirns ist. Das sind Erkrankungen oder Schädigungen. Wir haben da Alzheimer, wir haben Demenz. Da ändert sich unser Verhalten. Alkoholkonsum, dann Schädel-Hirn-Trauma geht dazu, dann Schlaganfall, da sind viele Verhaltensänderungen auch drin oder auch Tumore. Also das sind alles Verhaltensdispositionen und das Sonstige sind Schädigungen und Erkrankungen. Genau, dann haben wir dann auch Ermüdungen. Also da auch dann verhalten wir uns anders. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Nachtdienst gemacht hat. Und wenn er sehr stressig war, dann war man nächsten Tag schon richtig müde. Und dann ist oftmals die Frage, wie bin ich eigentlich heimgekommen? Also da sind viele, das merkt man, dass man sein Verhalten ändert. Man ist viel langsamer. Man sagt ja, wenn man übermüdet ist, ist es wie, wenn wir Alkohol getrunken haben. Genau, und dazu gehören dann auch alle Substanzen wie Drogen, Alkohol dazu. Auch die machen Verhaltensdisposition. Unser Skript fängt nochmal an zu unterscheiden. Einmal in implizites und das auch inzidentielles Lernen genannt wird. Und auch explizites, Hypothesen geleitetes Lernen. Das implizite Lernen, das erfolgt total beiläufig. Man sagt auch, das ist so ein Grundrauschen bei jeder Tätigkeit. Und da es beiläufig ist und dieses Wort beiläufig, ohne dass wir eine Absicht haben, etwas zu lernen, das nennt man inzidentiell. Und dieses implizite Lernen, das geht so ganz automatisch. Also wenn ich als Kind dann meinen Eltern zugucke, wie sie sich zum Beispiel die Strümpfe anziehen, dann schaue ich das Beobachtung und Lernen. Und mache es auch nebenbei, probiere es und jedes Mal, wenn ich es ein bisschen probiere, dann lerne ich natürlich auch gleich. Und das habe ich mir nicht vorgenommen, jetzt das zu lernen, sondern ich möchte dieses lösen oder mache es nach. Also da steht keine Absicht hinter. Es ist unbewusst und ohne Intention, also ohne Absicht. Und gespeichert, Entschuldigung, gespeichert wird das Ganze im impliziten Gedächtnis. Implizit, also auch ein Gedächtnis, was wir nicht mit Willen abrufen können und oftmals nicht erklären können, wie etwas gemacht wird. Ein Beispiel hat ein Forscher ja herausgefunden, ein Pole war es, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt. Er hat herausgefunden, dass wir uns ja Gesichter merken können, aber keiner kann sagen, wie wir das eigentlich machen. Und das ist halt im impliziten Gedächtnis gespeichert. Es ist gespeichert und wir können aber sehr schlecht verbalisieren, wie es eigentlich getan wird. Und in diesem impliziten Gedächtnis sind auch alle Kognitionen gespeichert. Genau, und gespeichert die Gedächtnisarten im impliziten Gedächtnis schon mal voraus, damit das Priming jetzt, wenn ihr nämlich das andere bearbeitet, dann habt ihr es schon drin. Einmal ist das Priming, die Habituation, prozedurales Gedächtnis und Kognition. Das sind die vier Bestandteile des impliziten Gedächtnis. Priming, also dass ich schon mal etwas vorfertige, damit es dann unbewusst wiederholt wird. Habituation kommen wir gleich nochmal dazu. Prozedurales Gedächtnis, alles was automatisiert abläuft, wo ich nicht mehr drüber nachdenke. Fahrradfahren, Autofahren, ich überlege jetzt nicht mehr, welche Medaille ich benutze. Kognition kommen wir gleich dazu. Im Gegensatz dazu haben wir das explizite und Hypothesengeleitete Lernen. Und das ist ganz klar, ist eine bewusste Aufnahme von Informationen. Und dazu besteht eine Bereitschaft. Das heißt, ich bin bereit und motiviert, jetzt etwas zu lernen. Klar, es ist mühsam und anstrengend. Wissen wir aber in der Verhaltenstherapie, dass auch da eine Verhaltensänderung nur dann funktioniert, wenn es mühsam und anstrengend ist. Also unser kognitives, der muss gefordert werden. Nur dann wissen wir, dass eine Veränderung ist. So nebenbei funktioniert eine Verhaltensänderung nicht. Wo wird das geschweichert im expliziten Gedächtnis? Da haben wir zwei Bestandteile. Entschuldigung, einmal das epidurale Gedächtnis. Da sind alle Erfahrungen gesammelt, die was mit Ereignissen zu tun haben und viel mit uns. Also man zählt auch das autobiografische Gedächtnis dazu. Und einmal im semantischen Gedächtnis. Semant hat immer etwas mit Bedeutung zu tun. Also was ist die Hauptstadt von Deutschland etc. Also das ganze klare, abrufbare Wissen. Gut, zur Habituation habe ich gerade schon geredet. Was ist Habituation eigentlich? Weiter geht's. Weiter geht's mit der klassischen Konditionierung. Überhaupt erstmal zum Konditionieren würde ich sagen, dass unser ganzes Leben konditioniert ist. Also unser ganzes Leben besteht daraus, dass wir viele Dinge einfach miteinander verbinden. Also zwei ganz unterschiedliche Inhalte meistens miteinander verbinden. Mit dem Ziel, dass es uns besser geht. Oder dass Unangenehmes weg ist, dass wir im Leben weiterkommen. Also das gilt auch für die Tiere, die immer ein Stück weit weiterkommen wollen, überleben wollen. So ist das bei uns auch und es findet sich wirklich überall. Vieles, was wir konditioniert haben, lässt sich im Alltag gar nicht mehr so stark auseinanderhalten, ob wir das klassisch oder operant machen. Das hat sich mit der Zeit vermischt. Es kann mit klassisch angefangen haben, aber viele Sachen verstärken wir selber oder werden von außen verstärkt. Dann gehört es zur operanten Konditionierung. Also unser ganzes Leben besteht aus Konditionieren. Schließlich haben wir auch in unserem Gedächtnis einen extra Teil dafür. Gut. Dieses klassische Konditionieren, ich weiß nicht, ob Pavlov wird euch ein Begriff sein, ist erstmal nur eine Theorie. Es war eine Theorie, die in vielen bewiesen ist. Und diese Theorie versucht uns halt was zu erklären. Und warum bestimmte Reize, die nicht angeborenermaßen ein Verhalten auslösen, jetzt diese Eigenschaft erhalten und dann eine Reaktion auslösen. Also eigentlich sind sie neutral und lösen nichts aus und jetzt lösen sie was aus. Ich werde ganz oft von Reiz reden, aber der englische Begriff oder auch der lateinische heißt ja eigentlich Stimulus. Ist das gleiche? Manchmal sind Begriffe im englischen Grad dann mit Stimulus. Also versuche ich es so gut es geht ein bisschen auseinander zu halten. Sag es nochmal. Beide lösen aber eine Reaktion aus. Das ist klar. Ein Reiz löst eine Reaktion aus. Genau. Dann auch noch, was ist denn eine klassische Konditionierung? Und ich habe versucht es mal abzukürzen mit KK, sonst ist es einfach zu lang. Eine klassische Konditionierung ist eine Kopplung von vorhergehenden Bedingungen mit nachfolgenden Reizen. Und Kopplung hier auch assoziativ, ein assoziativer Lernprozess. Wird also was verbunden. Genau. Und es ist so. Wir haben einen neutralen Reiz. Das ist ja das, was in der Theorie schon steht. Einen neutralen Reiz. Und der wird mit einem nachfolgenden Reiz, der eine angeborene Reaktion auslöst, verbunden. Ich erkläre es gleich nochmal ganz. Das ist nur die Theorie erstmal. Und dieser neutrale Reiz wird irgendwann dann zu einem Hinweis reizt, der voraussagt, was dann als Reaktion passiert. Ein Beispiel. Als ihr klein wart, da hat es geblitzt. Und gedonnert. Richtig? Und wir können ja immer zählen, wenn der Blitz kommt. Wie lange dauert der Donner? Gut. Haben wir als Kind noch nicht. Aber der Blitz kam. Und es hat gedonnert. Und wir haben uns furchtbar erschreckt, weil es so laut war. Das heißt, dieses Erschrecken ist etwas, was in uns angeboren ist. Das ist wirklich ein angeborener Reiz. Wenn es laut ist, zum Beispiel Erschrecken. Wenn Lärm erschrecken wir uns. Und der Donner ist jetzt eigentlich ein neutraler Reiz. Er ist zwar laut, aber er ist neutral. Wenn das jetzt öfter passiert, haben wir gelernt, wenn der Blitz kommt, wird es Donner gehen. Wir erschrecken uns. Und jetzt kommt der Blitz und wir erschrecken uns. Gehen wir gleich nochmal durch, damit ihr das wirklich versteht, was eigentlich da passiert. Genau. Und dieser angeborene Reiz, oh schön, da steht Reiz. Also dieser angeborene Reiz, wird jetzt durch den neutralen Reiz, der mal neutral war, ausgelöst. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wer hat das eigentlich erfunden? Pavlov. Und zwar mal wieder total zufällig. Er hat das nicht gewollt. Pavlov hat eigentlich Experimente gemacht, die alles, was er mit Verdauung zu tun hatte. Und bei diesen Experimenten hat er damals Hunden in die Speicheldrüse, ihr seht das hier an der Seite, das ist die Speicheldrüse. Wir haben ja auch Speicheldrüsen. Und da hat er einen Schlauch rein implantiert. Weil er wollte halt wirklich, es hat was mit Speichel zu tun, Zusammensetzung, Verdauung. Und diese Hunde haben Futter bekommen. Und es ist ganz zufällig aufgefallen, dass wenn der Wärter mit dem Futter kam, am Anfang war es noch, wenn er an der Zellentür stand und später auch, wenn die Tür draußen überhaupt aufging, dass dann der Speichelfluss vermehrt wurde. Und das hat er bemerkt. Und dann war die Frage, wieso passiert das? Das Futter ist doch noch gar nicht da. Dann ist er umgeswitcht. Er hat dann nicht weiter in irgendeiner Weise da geforscht, sondern er hat sich jetzt wirklich dem Verhalten und dieser klassischen Konditionierung, dessen Theorie er ja aufgestellt hat, gewidmet. Was hat er also gemacht? Der Hund war da und er hat dann einen Speichel. Es ist ein bisschen unscharf, ist aber nicht so schlimm, habe ich aus dem Zimbardo heraus. Wichtig ist, dass ihr es versteht. Also, der Hund hat immer noch diesen Schlauch. Und wenn er Essen bekommt, dann sagt der Körper, es kommt Essen und es kommt mehr Speichel. Was bei uns allen so ist, wenn wir ein Essen sehen, dann bereitet sich natürlich der Mund schon vor, er speichelt, damit wir das Essen schneller verdauen können. Dafür ist unser Speichel ja da. Also eine ganz natürliche Reaktion. Und dieses Futter, was gegeben wird, das ist dann dieser unkonditionierte Stimulus. Deswegen die Abkürzung ist UCS oder US-Stimulus. Es kommt aus dem Englischen. Im Deutschen würde das bedeuten, es ist ein unbedingter Reiz. Also ein Reiz, der keine Bedingung braucht. Wenn Futter da ist, gibt es eine Reaktion. Diese Bedeutung von einem unkonditionierten Stimulus, die ist für den Organismus angeboren. Da kann der Organismus jetzt gar nichts anderes machen. Wenn es etwas zu essen gibt, dann speichert er, habe ich ja gesagt. Es ist wichtig, diese spezifische Reaktion, damit zum Beispiel Nahrungsaufnahme schneller ist. Der Hund hat das vorher nicht gelernt. Es gibt keinen Lernprozess. Und zu diesen unkonditionierten Stimuli gehören mehrere. Also zum Beispiel die Schmerzreize. Wenn der Lärm richtig laut ist, dass mir die Ohren dann dröhnen, gehört dazu. Wenn ich mich verbrenne, wenn ich einen starken Lichtstrahl oder Laser ins Auge bekomme. Wenn ich etwas ganz Scharfes esse und die Schmerzreize auf der Zunge sind. Also Schmerzreize gehören zu diesen unbedingten Reizen, diesen unkonditionierten Stimulinen. Dann haben wir physiologische Reize. Das heißt, ich erschrecke mich so, dass mir übel wird. Ich stehe an der Höhe und mir wird schwindelig. Ich habe das Gefühl in engen Räumen, dass ich ersticken muss. Ich habe dann Herzrasen. Ich falle in Ohnmacht. Das alles sind physiologische Reize, die auch angeboren sind. Dann haben wir die Schreckreize. Das bedeutet, wenn etwas laut und unerwartet knallt, dann schrecken wir zusammen. Wir schrecken aber auch zusammen, wenn es ganz dunkel ist und wir auf einmal irgendetwas hören. Schrecken wir auch zusammen. Das letzte, was wir noch haben an unkonditionierten Reizen, sind positive Reize. Also auch angeboren. Die Muttermilch ist etwas süßer. Das heißt, alles was süß ist, dass wir das doch lieber mögen. Dass wir reagieren, wenn jemand lächelt oder wenn jemand sexy aussieht. Also das sind auch angeborene Reize. Hat ja auch was mit Fortpflanzung bei den Reizen zu tun. Also ein Hund ist dort, bekommt Futter. Und dieses Futter löst jetzt in dem Hund eine Reaktion aus. Das Futter ist der Reiz. Das, was der Hund dann spürt, ist die Reaktion. Und das ist eine unkonditionierte Reaktion. Also eine unbedingte Reaktion. Abgekehrt mit UCR oder UR. Und diese unkonditionierte Reaktion, die erfolgt ganz automatisch, ohne Lernerfahrung, auf diesen unkonditionierten Stimulus. Beim Gewitter, dass man sich beim lauten Knall erschreckt. Das ist etwas, was wir nicht gelernt haben. Das passiert. Früher zum Beispiel. Nehmen wir mal 5000 Jahre, 10.000 Jahre vorher. Wir waren noch ziemlich ungeschützt. Wenn wir dann auf eine freie Fläche gegangen sind, wo überhaupt kein Schutz war, dann waren wir dort auch sehr aufmerksam und hatten natürlich dort auch viel mehr Angst, als wenn wir uns hinter Bäumen verstecken konnten. Also diese Angst vor Plätzen, wo wir keinen Schutz suchen können, aber auch Angst vor Höhe. Das ist ja auch etwas, wenn es sehr weit runter geht, dass man da vorsichtig ist, dass man Angst bekommt. Also das sind alles Dinge, die schon sehr lange in uns sind und die sind halt angeboren. Was hat jetzt Pavlov gemacht? Er wusste also, wenn ich das Futter gebe, dann gibt es eine Lektion und zwar, dass der Speichel läuft. Dann hat er angefangen. Pavlov hat nun eine Glocke angewendet. Es klingelt. Was macht der Hund? Er dreht sich hin, schaut sich das an. Also eine Glocke ist erstmal ein neutraler Reiz. Er ist unerwartet, weil das weiß man meistens vorher nicht, aber er ist nicht unbedingt unangenehm. Und er ruft jetzt eine Orientierungsreaktion hervor. Also der Hund hat sich dann erstmal der Glocke zugewendet. Die Reaktion kann ganz unterschiedlich sein, Mensch und Tier unterschiedlich. Da er jetzt dieser Ton nicht eine besondere spezifische Bedeutung hat oder noch nicht hat, ist es erstmal egal. Er wendet sich dorthin, es passiert nichts, es ist die Glocke. Damit hat er einfach nur eine kurze Reaktion dahin. So, jetzt ist es so, Pavlov hat dann angefangen. Anfangs hat er die Glocke läuten lassen, damit er eine Konditionierung erreicht. Die soll erworben werden und kurz danach, also wirklich nur eine ganz kurze Zeit danach, kam das Futter. Dieser neutrale Ton wurde immer und immer wieder dargeboten, bevor das Futter gab. Das geschieht seltenst bei dem ersten Mal, das werdet ihr noch kennenlernen wann, es dauert eine Zeit. Also ich gebe diesen Ton und gebe das Futter und das mache ich eine Zeit lang hintereinander weg. Diese Zeit braucht es, damit dieser Ton dann sich umwandelt zu einem konditionierten Ton. Konditioniert in dem Moment ein bedingter Reiz mit einer Bedingung. Dieser Ton soll dann, wenn man ihn alleine gibt, auch eine Reaktion auslösen. Das heißt, dieser neutrale Reiz, der Ton, wird umgewandelt zu einem konditionierten Reiz, bedingten Reiz, konditionierten Stimulus, abgekürzt mit CS. Am Anfang ist dieser Reiz neutral und dann wird er durch ständige Wiederholungen räumlich und zeitlich gekoppelt. Das ist das mit der Assoziation, was ich erzählt habe, was schon Aristoteles wusste, diese Koppelung. Und dann wird er mit einem normalen, unkonditionierten Stimulus gegeben und löst dann eine Reaktion aus. Dieser Reiz wurde von einem neutralen zu einem konditionierten Reiz. Und dieser konditionierte Reiz löst jetzt eine konditionierte Reaktion aus. Also eine, die derjenige gelernt hat, die ist nicht angeboren. Durch die Koppelung des unkonditionierten Stimulus-Reiz-Futter mit einem durch die Wiederholung gegebenen neutralen zum konditionierten Reiz umgewandelten, löst jetzt dieser konditionierte Reiz eine konditionierte Reaktion aus. Das heißt, die Glocke kommt und der Speichel fließt. Vorher war es so, die Tür ist aufgegangen und der Hund hat schon Speichel gehabt, weil er wusste, dass Futter kommt. So ist es jetzt auch. Wenn ihr Tiere habt, wisst ihr das eigentlich auch. Dass die Tiere schon vorher wissen, dass sie jetzt kommen. Du machst eine Dose auf und auf einmal kommt die Katze. Sie hat die Dose gehört, egal was für eine Dose es ist. Sie hat die Dose gehört und sie verbindet diese Dose mit jetzt gibt es Futter. Dieses Hören dieser Dose, was eigentlich neutral war, ist bei ihr konditioniert, dass danach es Futter gibt. Und dann kommt sie zum Beispiel. Ich kann aber auch konditionieren, dass ich im Fernsehen jetzt zum Beispiel Bierwerbung sehe und dann das Bedürfnis habe, mir eine Zigarette anzuzünden. Das heißt, ich habe eigentlich Bier und Zigarette konditioniert. Also auch ein Lernprozess. Noch ein Beispiel. Eine Mutter schlägt ihr Kind. Die Mutter ist eigentlich ein neutraler Reiz. Und das Kind empfindet jetzt Schmerzen. Und dieser Schmerz ist ein unkonditionierter Stimulus. Schmerzreize habe ich vorhin ja gesagt. Und dieser Schlag löst jetzt bei dem Kind eine unkonditionierte Reaktion aus, nämlich Angst. Also Mutter ist neutral und löst aber Angst aus in Kombination mit dem unkonditionierten Stimulus, nämlich Schmerz. Wenn das die Mutter jetzt öfter macht, dann sorgt allein die Mutter, die nämlich jetzt zum konditionierten Stimulus geworden ist, ohne dass sie Gewalt anwendet, dann beim Kind Angst aus. Also auch das ist eine Konditionierung ganz normal aus dem Alltag. Einmal durchs Lernen und einmal durch die Konditionierung. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Für mich ist es ganz gut. Ich habe es einfach mal runtergeplappert. Ich hoffe, ich habe ein paar Beispiele nennen können, wo es klarer wird auch. Obwohl der Hund ganz klar ist. Die Frage ist halt, wie funktioniert das alles? Wie nennt man das? Am Anfang ist es ziemlich verwirrend und je öfter wir das hören und vielleicht auch lesen, wird es ganz klar, dass wir zwei Inhalte, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, kombiniert in sehr zeitlich und räumlichem Abstand zueinander darbieten. Und dann der eine Reiz, der ja überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat, eigentlich irgendwann derjenige ist, der ein Alarmsignal ist. Oh, wenn das kommt, dann folgt das und das in unserem Kopf und wir reagieren. Also eine ganz klassische Konditionierung. Ich werde einfach immer wieder ein paar Beispiele versuchen, euch zu erklären, damit ihr das im Alltag besser umsetzen könnt und auch besser lernen könnt. So, wir sind bei dem ersten Video Lernen und Konditionierung durch. Haltet die Ohren steif, bleibt dran beim Lernen, lasst euch nicht unterkriegen, konditioniert euch gar nicht und belohnt und bestraft euch nicht, weil da kommen wir zum Operantenkonditionieren. Wie gut wir das kennen, boah, das muss man schon sagen. Lasst euch im Alltag nicht oft konditionieren. Ich kriege noch ein paar Beispiele dann auch, wie gut die Wärmung das doch schafft in unseren Köpfen und ohne, dass wir nachdenken, dann etwas tun, nur weil die Verbindung in uns hineingepflanzt worden ist. Also macht's gut, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute, eure Sandra. Ciao, ciao.